ja hallo freunde und herzlich willkommen bei big frank gaming zurück bei einer neuen rpg maker tutorial folge heute möchten wir etwas ganz cooles machen und zwar möchte ich euch heute stein rätsel zeigen ja und zwar steinschieberätsel wie man sie zum beispiel aus bekannten rpgs kennt ja die schon etwas älter sind ihr könnt damit natürlich super sachen blockieren wege blockieren und spiele einfach ein bisschen von der herausforderung stellen in dem er sie ans ans nachgrübeln bringt einfach das ist eine coole geschichte und dazu auch wieder die geschichte von mir ja die kleine geschichte ist recht einfach um genau zu sein ich predige euch ja immer ihr sollt speichern 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 ich habe das ganze jetzt hier schon zweimal angelegt beim ersten mal richtig schön mit mit mapping über 34 maps und ja dann dachte ich ich wäre im spiel und gehe auf hauptmenü und schwupps war alles weg also bitte leute denkt immer dran speichern 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 speicher ich kann es nie oft genug sagen ist hier an der switch oder an der ps4 wahrscheinlich genauso extrem wichtig ansonsten passiert euch nämlich genau sowas dass ihr irgendwas erstellt und geht raus und es ist alles weg das ist der grund warum ich irgendwann wahrscheinlich die switch gegen die wand klatschen werde ich hoffe dass es nicht passiert aber es passiert wahrscheinlich schon wenn das so weitergeht einer der gründe warum ich euch tut oder taunen wenn ich es noch mal neu anfangen die serie definitiv am pc zeigen werde ich werde dann allerdings nicht zack zack machen sondern so langsam vorgehen dass er das ganze auch für die konsole übertragen können weil die menüs sind im prinzip alle gleich sie sehen nur optisch anders aus nachteil an der konsolenversion ist natürlich immer dass ihr hier nicht mit plugins arbeiten könnt ja wenn ihr irgendein problem habt und sucht für die pc version eine lösung ist das erste was man euch vorschlägt ein plugin macht das mit diesem plugin macht das mit jenem plugin ja auch diese steinschiebe geschichten hier die ich jetzt hier mit euch machen möchte ja da gibt es auch ein plugin für das ist aber totaler quark warum soll ich da ein plugin benutzen wir gehen einfach hinlegen ein neues event an dass wir jetzt stein nennen ist natürlich schon drin habe ich ja schon mal angelegt als bild wählen wir natürlich auch ein stein aus den wähle ich aus dem objekte reiter aus genau wo war er hier ist er ich nehme immer gerne diesen stein hier oder diesen oder diesen ist egal aber nimmt immer die mittigen dann habt ihr die richtigen animationen drin ja zwar für die bewegung weil ihr habt ja hier option bewegung gehen drin was er als nächstes machen muss ist ganz einfach die bewegung des steines festlegen das macht ihr auf der zweiten seite bei nicht spieler übertragen bewegungsroute festlegen genau da war es ist eigentlich total simpel wichtig ihr sagt dieses ereignis ja das ist im prinzip der schalter der euch sagt dass ihr nicht den spieler bewegen sollt sondern das ereignis so dann erstellt ihr den befehl vom spieler weg bewegen das holt sich dann automatisch die richtung des spielers und bewegt den stein vom spieler weg so damit es nicht ganz so langweilig ist spielen wir noch einen sound effekt ab da habe ich mir magie angriff er hat magie 3 rausgesucht hört sich okay an für einen geschobenen stein so jetzt bin ich wieder rausgegangen ich sag ja leute da ich auf allen konsumen gleichzeitig unterwegs bin das ist manchmal etwas nervig hier wenn ihr die falschen tasten erwischt er hat magie 3 so wie gesagt wenn ich tutortown mache werde ich euch das am pc auch zeigen und nicht hier an der konsole weil hier verhaspel ich mich sonst so oft um ganzes spiel zu erstellen ok eine sache haben wir noch vergessen das dürfen wir in der bewegungssteuerung nicht vergessen wir müssen noch weiter wenn bewegung unmöglich ist weil dieser punkt sagt überspringt alle befehle die ein charakter an eine nicht passierbare stelle bewegen würden also das heißt wenn ihr das ding nicht mehr bewegen könnt dann ist die stelle nicht passierbar und dann passiert auch nichts ansonsten würden sound effekte abgespielt und das ding würde sich trotzdem bewegen wäre ja unsinn so wir probieren das ganze jetzt einmal aus ob das ganze so funktioniert hat wie ich euch das hier erzähle so neues spiel und da sind wir auch schon auf unserer welt tut sich nichts wenn ich dagegen laufe weil ich die aktionstaste drücken muss wunderbar kann ich den stein hin und her schubsen und am rand passiert nichts so da die stelle nicht als nicht passierbar gewertet wird passiert natürlich jetzt genau das was ihr damit verhindern solltet ich dachte mir es wäre cool hier so einen parallax hintergrund zu nehmen sieht man anders aus was könnt ihr damit machen genau das hier ich habe euch ein steinschieberätsel gebaut ihr kommt von hier unten und wollt nach da oben ist eigentlich recht simpel schieben 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 und ihr könnt raus da könnt ihr nicht durch weil das ist ein schutthaufen das ist jetzt so die sache die ihr machen könnt um spieler davon abzuhalten zum beispiel an den schatz zu kommen zerbrechen sich den kopf wie das gehen soll mit der aktionstaste sagt er jetzt ein schutthaufen ist im weg wegräumen ja weg ist er ja den bräuchte ich jetzt noch nicht mal wegräumen weil ich kann einfach den hier wegschieben und komme trotzdem dran 250 gold gefunden das ganze könntet ihr jetzt natürlich noch verfeinern indem ihr jetzt sagt ja den schutthaufen kannst du nur wegräumen wenn du die spitzhacke hast den kristall kannst du nur abbauen wenn du die spitzhacke hast den schutt kannst du nur dann wegschieben wenn du einen charakter hast der stark genug ist der eine bestimmte stärke hat ein bestimmtes level hat damit könnt ihr sachen zwar dem spieler offiziell zeigen aber er kommt halt nicht dran finde ich persönlich eine ganz coole lösung so wie er das ganze macht ist glaube ich logisch nicht wahr wir haben die steine einfach kopiert die wir jetzt erstellt haben das sind genau dieselben steine vom event her ich zeige euch das nochmal ganz kurz im event editor zack zack bearbeiten ihr seht bewegungsroute festlegen seht ihr da rechts dieses ereignis vom spieler weg bewegen sound effect magie erde 3 so das ist nichts besonderes das haben wir ja gerade schon gemacht das ist eigentlich total einfach das hier ist dann der schutthaufen ja schutt ist im weg wegräumen als textauswahlmöglichkeit ja nein wenn ja dann ereignis löschen wenn nein dann gibt er nur text aus dann halt nicht wichtig ihr müsst ihr ereignis löschen wenn das ereignis nur mit einer zweiten seite unsichtbar machen würdet dann könntet ihr die steine nicht steine nicht scheine könntet ihr die steine nicht über das unsichtbare event drüber schieben das wäre blöd würdet ihr jetzt sagen ich will wissen hat der charakter eine spitzhacke dabei dann müsstet ihr hier ja im prinzip nur eine bedingte verzweigung einfügen und sagen schalter bla ist ein oder akteur herkulas ist in der gruppe oder gegenstand spitzhacke die haben wir jetzt natürlich nicht drin ansonsten heißt es dann mit der else verzweigung so mache ich mal wenn die gruppe hat trank dann wird ereignis gelöscht hat die gruppe keinen trank dann würden wir jetzt sagen hier an der stelle geht nicht oder zu schwer ja das geht jetzt am schnellsten glaube ich zu schwer fertig und schon hätten wir jetzt die überprüfung erstellt haben wir einen trank dabei oder haben wir keinen trank dabei wie gesagt was ihr euch da einfallen lassen könnt ist natürlich euch überlassen ihr könnt jetzt sagen ja das geht aber nur wenn ähm die gruppe diesen gegenstand hat jeden charakter dabei hat das geht nur in der nacht oder sonst was dann müsst ihr eben eine andere sache da einfügen kein schutthaufen dann sitzt hier vielleicht was weiß ich ein großer vogel oder ein großer käfer oder ein relaxo pokémon das nur nachts weg geht als beispiel ja das sind alles so sachen die man machen kann ich hoffe ich habe euch damit schon weiter geholfen sollten fragen bestehen für erweiterte steinrätsel habe ich vor noch eine folge zu machen ja also eine folge die euch dann die möglichkeit gibt zum beispiel schalter mit steinen zu setzen oder steine von a nach b zu transportieren auf andere ebenen oder sonst irgendwie was also da kann man mit sicherheit noch einiges machen aber das schon mal als grundlage wird vielleicht einigen helfen die auch nicht so kompliziert arbeiten wollen solltet ihr wie gesagt fragen haben haut sie in die kommentare rein ich versuche mein bestes euch alles zu beantworten in diesem sinne euch noch einen schönen resten sonntag ja was soll ich sagen in der mitte erscheint gleich mein kanal logo da könnt ihr drauf klicken und den kanal abonnieren dann seid ihr auch immer up to date wenn die nächste folge kommt ja und links und rechts habt ihr dann natürlich noch videos die ihr euch anschauen könnt aber wenn ihr den kanal abonniert macht mal das kleine glöckchen an das hilft mir und hilft natürlich euch vor allem auch raus zu kriegen wann die nächste folge denn wirklich da ist ich komme momentan leider nicht so oft dazu neue folgen zu machen aber ich werde mich anstrengen euch weiterhin inhalte bieten zu können in diesem sinne eure meinung in die kommentare bis dann ciao ciao